Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr durch Merchandising mit YouTube Geld verdienen könnt. Diese Funktion oder diese Option stand euch ja schon früher zur Verfügung. Hier habt ihr einfach euch einige Produkte erstellt und habt diese verkauft. Hier gab es auch schon einige Partner, die das angeboten haben. Allerdings gab es noch keinen Partner, der direkt mit YouTube zusammengearbeitet hat. Nun hat sich das geändert. YouTube hat eine eigene Option für Merchandising für euch, für YouTube Partner geschaffen. Diese könnt ihr freischalten und könnt hier rüber eure T-Shirts, eure Produkte vermarkten. Und das Schöne ist dabei natürlich alles direkt unter eurem Video. Wie ihr das alles nutzt und freischaltet, schaut einfach mal kurz auf meinen Monitor. Hier erkläre ich euch das. Hier auf unserem Bildschirm angekommen, begeben wir uns als erstes in unser Creator Studio. Hier begebt ihr euch auf der linken Seite in etwa auf die Mitte des Bildschirms und betätigt den Button Monetarisierung. Hier sucht ihr den Punkt Merchandising. Hier angekommen, können wir nun mit unserem Merchandising starten, indem wir es einrichten. Klickt hierzu einfach auf Jetzt starten und stimmt bitte den Bedingungen zu. Bitte lest euch hierzu die Bedingungen gut durch und haltet diese bitte auch ein, denn ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann natürlich auch zu einem Strike führen. Auf der nächsten Seite schlägt uns nun YouTube einen Partner vor und zwar Teespring. Hier mit diesem Partner arbeitet YouTube zusammen, um eure Merchandise-Artikel zu erstellen und diese dann auch auf YouTube direkt unter eurem Videos zu verkaufen. Hierzu erstellt ihr euch bitte eine Teespring Shop ID. Diese bekommt ihr direkt vom Anbieter. Klickt einfach hier auf diesen Link und registriert euch bitte hier. Nach einer erfolgreichen Registrierung und Anmeldung bekommt ihr hier natürlich sofort eure Shop ID. Und diese können wir nun einfach markieren, kopieren und hier unter dem vorgesehenen Feld auf YouTube einfügen. Klickt nun einfach noch auf Verbinden und ihr habt euren Merchandise-Shop direkt mit YouTube verkoppelt. Um nun mit dem Verkauf zu beginnen, müssen wir zwei Sachen beachten. Als erstes müssen wir darauf achten, dass der Punkt Merchandise-Artikel auf deinem Kanal verkaufen natürlich aktiviert ist. Und als zweites benötigt ihr natürlich auch einige Artikel. Diese erstellt ihr einfach, indem ihr hier auf Produktseite klickt. Hier könnt ihr euch nun einzelne Produkte auswählen und habt hier als nächstes die Wahl, entweder diese Produkte direkt zu kaufen oder sie selber zu verkaufen. Wir wollen diese Produkte natürlich verkaufen, also klicken wir auf Verkaufen. Das hier angezeigte Produkt kann nun von euch beliebig gestaltet werden. Nun legt ihr noch euren Verkaufspreis und die Währung fest und bestätigt alles mit Fortsetzen. Alternativ bietet euch nun der Shop weitere Produkte an, die ihr natürlich hier auch gestalten könnt. Haben wir unsere Produkte nun erstellt, erstellen wir uns eine Verkaufsliste. Hierfür geben wir der Liste natürlich noch einen Namen, sodass wir sie wieder identifizieren können und beschreiben diese, wenn möglich, noch so genau, wie wir können. Haben wir dieses alles erstellt, klicken wir auf Liste veröffentlichen. Nun dauert es noch einige Zeit, denn die Produkte werden erst eurem Shop hinzugefügt und das Ganze wird an YouTube hinzugefügt. Das kann ein bis zwei Tage dauern. Ist das natürlich dann geschehen, erscheinen eure Produkte nun hier auf eurer Merchandising-Seite und sie erscheinen natürlich auch unten unter eurem Video. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Produkte noch hier oben unter der Infokarte zu verlinken. Hierfür geht ihr einfach in ein dementsprechendes Video, wählt hier den Punkt Infokarten, sucht euch eine dementsprechende Stelle im Video, wo ihr die Infokarte einfügen möchtet, klickt auf den Punkt Link erstellen und gebt hier euren Shop-Link ein. Dieses bestätigt ihr einfach mit Weiter, wählt nun hier ein passendes Bild für euer Produkt aus und gebt hier dementsprechend noch eine Beschreibung hinzu. Läuft nun das dementsprechende Video ab, können die Besucher durch Klick auf die I-Taste direkt zu euren Merchandise-Artikeln gelangen. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.